Kaffee braucht man zum Aufwachen. Kaffee braucht man zum Arbeiten. Kaffee braucht man zum Leben. Kaffee ist Leben. Bei jeder Art von Schauspielerei ist es von Vorteil, wenn man mal am Theater war. Meinen Mann zu treffen ist das Beste, was mir je passiert ist. Das Theater war meine erste Liebe. Ich kann das Theater nicht aus mir herausnehmen und ich würde es auch nicht wollen. Für mich ist es mein Zuhause. Clever? Ich müsste 60 IQ-Punkte weniger haben, um clever genannt zu werden. Entschuldige mal, du hast Dr. Sheldon Cooper in deinem Labor und er soll Gläser abwaschen. Das ist so, als würdest du den Hulk bitten, dir ein Gurkenglas zu öffnen. Ich bin auch nur ein Mensch und deshalb wartet ein Teil von mir darauf, dass die Leute sagen, genug von dir. Ich bin ein großer Verfechter von Sack niemals nie. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Der Erfolg von jemand anderem ist nicht dein Misserfolg.